So, und das hat uns jetzt erwartet. Ah, wie kennst du da, das gute alte Schießen? Natürlich, again. Na, das hat mich jetzt gekostet, mir so rumzugehen. Was an dem Kreis war, keine Ahnung. Ich bin einmal durchgegangen. Es kam jetzt kein... Ich glaube, da ist nichts... Ah, nichts, wo wir jetzt, ähm... Ah, nicht... Ah, klar, weiter, ich will nicht noch mal dahin. Jetzt wollen wir jetzt hin. Äh, ob es irgendwas... Weil ich bin runtergefahren danach. Und, äh, jetzt nichts hat gebliebt. Oh mein Gott, das war nicht... Ich muss direkt treffeln. Da, wo rein. Das hat wohl, glaube ich, letztes Mal... Ich glaube, ich bin... Oh, come on. Das ist... Oh, ich durfte doch schon so schnell. Wie, wie, wie geklappt das? Ja, so schnell. Papa, papa. Da muss ich wieder die alten Welt attackieren, die wir anfangen. Ich hab... Ich hab da voll hingezählt. Oh, ja, ja, klar. Try again. Ich würde jetzt wegen uns halt so Bonus-Date scheißen, ja. Ich hole sie mehr. Der Sound tut mir jetzt schon leid, ich muss das hier Schaffe Ich will's mehr und wieder wieder schaffen hier Weg weg Oh mein Gott, ich hab's geschafft Du kannst sagen, die Banane kommt nicht Boah, eine rein Banane drauf aki Da halt ich doch nicht runter... ja Da halt ich... doch nicht runter... ja Oh, jetzt kommt das wieder hier. Stampfe ist wieder am Berg. Also ich bin wieder am Berg runterzufallen. Ja, macht doch viel Spaß mehr runterzufallen. Scheide, dass es da oben keine Nummer gibt oder so. Tiny und Diddy hätten wir noch. So, mache ich mir dann so einen komischen Aufwand. Tiny, würde ich mir jetzt einfach von hier. Da. Ah, das ist Animus. Animus? Animus ist aus Assassin's Creed, Lenky. Das kennst du, glaube ich, noch nicht. Das gab's bei dir noch nicht. Hm. Man sollte nebenbei was trinken. Komm, das kommt nicht gut. Oh, der. Gimmick. Komm. Gimm. Mach, das ist nicht so. Ja! Ja, mach. Komm. Okay, wir müssen das nachher durchbrechen oder so... Gott... Oder kommt ihr vielleicht nachher so Wechselding? Ist ja auch gut. Aber nicht aufhörst du hier. Ja, gut. Ich hab ein bisschen Verlust auf. Und zwar, Herr. Ich hab ein bisschen Profe. Ich habe ein bisschen Verlust. Wie geht es denn? Ich habe hier eine solche Vorstellung. Ich habe hier einen großen kleinen HIns achieve. Der nächste Schmerz ist noch eine Anzahl! Beide Tempo. Ist das dumm. Wie ist das dumm? Warum verschwindet das denn so schnell? Pfff. Pfff. Untertitelung des ZDF, 2020 Sag mir mal einer, wie man das mit der Schnelligkeit machen soll. Sag mir mal einer, wie man das mit der Schnelligkeit machen soll. Sag mir mal einer, wie man das mit der Schnelligkeit machen soll. Sag mir mal, das ist ja eine Emulator-Vision, das ist ja nicht alles korrekt. Sag mir mal, dass es ja irgendeinen Trick gibt. Sag mir minutos, wie man das mit der Schnelligkeit macht. Ich könnte ja ruhig dich jetzt woanders hin machen, ja. Haben wir noch einmal? Ne ich mache es nicht nochmal. Das ist ein bisschen quank. also quank ist manchen kurzen körper machen wir mal weiter aber wir machen noch weiter hier schneid die schattig sie komisch ich glaube bei den feen sieht man ja kein foto dass man die feen so gefangen hat gibt es auch nur noch so einen schwarzen sieht man dass da irgendwas ist was uns hilft dass man die banane schneller findet und 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 Da muss das ne Plattform für Nummer 4 nennen. Da muss das ne Plattform Nummer 4 nennen. Ja, geh mir auf den GX, GX. Oh, schön. Geh mir auf den KX. 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 Auf die Eier Ab Eier K.E.X. Weil Kamera behindert ist Gib ihm doch nur den K.E.X. Och come on Spiel Willy Gib ihm doch nur den K.E.X. Gib ihm doch nur den K.E.X. Gib ihm doch nur den K.E.X. Jetzt hab ich ein Ohrwurm gefunden Gib ihm doch nur den K.E.X. Das ist nicht wahr, den trifft man auch noch nicht mal Jajajaja, ist gut, Spiel ist gut, ist gut Ich red mich gleich nicht auf Er will doch nur den K.E.X. Gib ihm doch nur den K.E.X. 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 Entschuldigung! Beschissen ist eigentlich ein Schacher, Diddy da kannst du mal du bist so schwach und ach frag mich gar nicht sonst weil er will nur den Keks haben Kekse Gib ihm doch deinen Kekse Okay, hey, thanks Wow Riecht meine Banane? Okay Ja, gib ihm seinen Keks 1, 2 Na, wir möchten aber gerne noch hier sein Keks Hätte ich schwächste los Er hat Erdnöße Komm allein, Donkey Kong hat Kokosnöße Denki hat Flaumen an die Matschen im Gesicht Oh Komm, der ist saut, ich will noch mal Kekse machen Ich glaube, die muss ja auch rausschneiden, ne Kekse, sonst wird ja nachher noch verwendet Kekse Gib ihm doch seinen Kekse Gib ihm doch seinen Kekse Ach, was machen wir noch? Qua-quad Seinen Kekse Seinen Kekse Naja Nimm ihm doch seinen Kekse Boah, ich muss ihn mal in mir, nein Er brinnt? Nö Wenn er wollen kann Wäre schwerer Wäre ein Pieksabenteuer, ey Wäre ein Pieksabenteuer, ey Sag ich ja, ein Pieksabenteuer Ach, das zieht direkt ne komplette Ab Ach, das zieht direkt ne komplette Wäre ein Pieksabenteuer Ach, das ist ja so Wäre er so? Die Engse sind beschissen, die hier vorne und die gerade durchgestorben sind. So geistreiche Anfänge. Aber dass gleich eine ganze Banane, gleich eine ganze Milone runtergeht, ist natürlich heftig, ey. Geh mir nicht auf den Keks. Ah, man, die ganze Kamera dreht mir nicht, wie man es so leicht himmelig. Willst du wieder einen richtigen Grad reinhaben? Ich glaube, es ist ja der Anfang hier gerade. Wenn er seinen Keks nicht haben will. Ah, jetzt muss ich einmal kurz waschen. Ach, die Dirk ist ja nicht. Ach maaaann, ich fühle es doch. Ich frage mich, ob der sich so lange dreht, bis man sogar in der Mitte ankommen würde, wenn man vorne stehen bleibt. Oh, ich habe noch eine Banane bekommen. Oh, doch, nur. Den Keks. Ach, der Keks. Ja, komm her. Hier. Soll man das denn schaffen, ey? Mit welcher Geduld, besonders mit meiner. Das ist richtig mies hier vorne. Boah, dann kommt der noch von hinten an. Und es geht dauernd die Hälfte weiter. Ich bin ja nicht mal ansatzweise weit. Es geht ja noch ein Stück weiter. Oh, der Boxe entwickle ich noch so um. Und es wäre noch ein Stück, ja, es wäre wieder ein Stück zurückgekommen. Es geht ja auch so um. Ist gut. Schaff ich sowieso nicht. Ich mach ein kurzen Kattel und sieht, bis wir wieder. Bis zum nächsten Mal.